Diese Woche geht es um Gerichtsprozesse, darum, wie man sein Facebook-Account mit nur einem Klick verlieren kann und um eine neue Art des Phishings, die selbst erfahrene User aufs Glatteis führt. Hallo, hier ist der Tim von Gidata. Diese Woche machten Berichte die Runde, nach denen ein Mann in den USA versucht, einen Musterprozess gegen Apple anzustrengen. Der Grund, Apple habe ihm eine Zwei-Faktor-Authentisierung aufgezwungen, und zwar ohne sein Einverständnis. Dadurch müsste er jetzt bei jedem Login zwei bis fünf Minuten Zeit aufwenden, um den Login-Prozess abzuschließen. Dadurch entstünden nicht nur ihm, sondern auch Millionen von anderen Nutzern wirtschaftliche Schäden. Jay Brodsky ersucht darum, um Schadenersatz in bis jetzt noch ungeklärter Höhe, sowie Strafzahlungen gegen Apple, sowie die Übernahme der Gerichtskosten ebenfalls durch Apple. Dass die Zwei-Faktor-Authentisierung sich nicht mehr deaktivieren lässt, stimmt zumindest zum Teil. Wer sie bei Apple aktiviert hat, hat eine zweiwöchige Frist, um sich das nochmal anders zu überlegen. Ist diese Frist allerdings abgelaufen, ist die Zwei-Faktor-Authentisierung permanent aktiviert und kann auch nicht mehr deaktiviert werden. Kurz, der Kläger Jay Brodsky möchte sich vor Gericht das Recht auf ein niedrigeres Sicherheitslevel erstreiten, da zusätzliche Sicherheit in seinen Augen zu viel Zeit benötigt. Diese Haltung können wir absolut nicht nachvollziehen, die Verfahrenseröffnung steht auch noch aus. Facebook hat Ende Januar eine Meldung über eine kritische Sicherheitslücke erhalten. Diese Sicherheitslücke ermöglichte es, einen fremden Facebook-Account mit nur einem Mausklick zu übernehmen. Es handelt sich hier um eine sogenannte Cross-Site-Request-Forgery-Attacke. Alles, was der Angreifer hierfür tun muss, ist, einen speziell präparierten Link an das Opfer zu senden und alles, was das Opfer tun muss, ist, auf diesen Link draufzuklicken. Der Finder dieser Sicherheitslücke kann sich jetzt über eine Belohnung von 25.000 US-Dollar freuen. Öffentlich bekannt gemacht wurde die Sicherheitslücke am Anfang der Woche. Die Sicherheitslücke ist mittlerweile behoben und auch nicht mehr ausnutzbar. Und wir bleiben thematisch bei Facebook. Es gibt eine neue Phishing-Methode, bei der es Täter darauf abgesehen haben, die Zugangsdaten zu fremden Facebook-Accounts zu erbeuten. Dabei öffnet sich augenscheinlich ein neues Browserfenster mit einem weiteren Facebook-Login, wo ein Benutzer seine Zugangsdaten eingeben soll. Das ist erstmal nicht neu, das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Was neu ist, ist die Machart dieser Pop-up-Fenster. Diese augenscheinlichen Browserfenster sind so aufgebaut, dass auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist, dass es sich hier um eine Fälschung handelt. In der Adresszeile ist das grüne Vorhängeschloss zu sehen. Die Webadresse fängt mit HTTPS an. Das suggeriert erstmal, dass es sich hier um eine legitime Webseite handelt. Es gibt aber eine Methode, um herauszufinden, ob es sich bei diesem Fenster um eine Fälschung handelt. Ein normales Browserfenster lässt sich beliebig mit der Maus an eine andere Stelle des Bildschirms ziehen. Bei diesen gefälschten Meldungen gibt es allerdings eine Besonderheit. Diese Meldungen werden abgeschnitten, sobald sie über die Grenze des ursprünglichen Browserfensters hinausgehen. Das heißt, wird beim Verschieben ein Teil an der Grenze des Browserfensters abgeschnitten, handelt es sich bei diesem Fenster um eine Fälschung. Sich vor dieser Art Angriffe zu schützen, ist nicht weiter schwer. In den Sicherheitseinstellungen von Facebook gibt es unter den Anmeldeoptionen die Möglichkeit, eine Zwei-Faktor-Authentisierung zu aktivieren. Das kann auf dem einfachsten, aber nicht mehr ganz sicheren Weg mit einer SMS passieren oder mit einer Authenticator-App auf dem Smartphone oder auch mit speziellen Hardware-Tokens, die einmal Passwörter generieren. Soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Soweit von mir.